Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Streamerkriegung. Morgen Abend schauen wir uns wieder ein neues Spiel an, und zwar Bramble the Mountain King. Ein Spiel, das durchaus an Little Nightmares erinnert. Wir schlüpfen nämlich in die Rolle des jungen Olle, der letztendlich seine Schwester sucht, in einer durchaus sehr malerischen Umgebung. Allerdings lauern dort so einige Gefahren auf uns, also ganz so idyllisch ist es doch nicht. Und ja, wie ich mich so schlage, in Bramble the Mountain King, das seht ihr morgen Abend am Samstag um 20 Uhr auf Twitch. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid, wünsche euch natürlich an der Stelle wie immer einen guten Start ins Wochenende. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen Abend. Macht's gut bis dahin. Servus.